hey freunde willkommen zum nächsten test heute im test sind die honey badger von funke dran wir haben hier fünf ballon mit jeweils sechs gramm sie sind im p1 eingestuft also ihr seht da hier steht p1 30 gramm macht sechs gramm auf jeden dollar wie gesagt von funke p1 preislich haben bezahlt 395 und ja ich denke mal ein paar leute werden sie schon kennen ich habe sie noch nicht gezündet deswegen testen wir die honey badger gleich mal draußen also bis gleich draußen zur zündung auch schon von dem pyrotrade kaufen die habe ich nicht so freunde wir machen weiter mit dem honey badger in p1 ja soll ich mal sagen zimmerjanz und packen weg so und wie gesagt jetzt die honey badger im p1 set kostet vier euro und fünf stück sind drin sehr schön laut auf jeden fall aber also für mich auf jeden fall eine verkaufempfehlung und jetzt für euch noch den schlussknall wie sonst auch immer ich bin gespannt wie das ist mit dem also macht's gut bis zum nächsten video so Das war's für heute.